ja hallo leute ich habe mir gedacht ich bin mal mein projekt auf einer trockentrenntoilette da ist es halt so ich hatte vorher eine chemietoilette hier in diesem alten l300 und gedacht da das ja eigentlich immer so eine do it yourself sache ist mit diesen trenntoiletten vielleicht kann hier jemand was abgewinnen wenn er das sieht ja ich zeig da so ein bisschen was von nicht von der von der eigentlichen sache wo es gemacht wurde jetzt eigentlich das endprodukt und vielleicht ist das trotzdem was für euch ja hier habe ich im schrank ganz einfach einen tank eingebaut und 4,2 liter den kann man jetzt hier aufmachen und das sieht dann halt so aus dass man hier einfach ein spülwasser einfüllen kann das mache ich so mit dem trichter das funktioniert auch recht gut also bis jetzt hatte ich dann noch nie probleme dass es gekleckert hat das ist ein tank der unten an der heizung lang geht das sind also auch im frost falle dann nichts passiert ist auch ein kleiner zusatz drin und dann geht da so ein schlauchsystem sowie bei einer waschanlage von einem normalen pkw geht das dann hier rüber in dem kleinen alten nassraum wo hier halt mal die chemietoilette drin war das habe ich alles entkernt und rausgenommen hat einen steuerpult gemacht habe hier oben am licht ein schalter gesetzt der jetzt also den den riegel der tür hier bedient das heißt an aus des lichtes sobald die tür auf ist aber wesentlich hängt hier unten wenn ich das jetzt immer hoch mache der lüfter daran denn wenn die tür geschlossen ist habe ich das so dass der lüfter wenig drehzahl hat und sobald die tür geöffnet wird und nur halb geschlossen dann läuft er auf höhere drehzahl und zur folge ist wird dann hier der ganze corpus entsaugt sag ich jetzt mal der schlauch den man jetzt hier sieht ist am schwarzwasser wo er auch letztendlich ein syphon realisiert wurde das syphon ist ja letztendlich auch ein geruchsstopp das ist ganz wichtig für mich gewesen kann das jetzt einfach mal zu machen das ist also dass man das mal im gesamten so sieht und ich mache das einfach mal zu denn die staukiste die ich jetzt hier benutzt habt ihr kommt auch so reinigungsmittel wc papier rein das funktioniert eigentlich so ganz angenehm ich drehe jetzt hier einfach mal das ist eigentlich das was man jetzt hier machen kann man kann ich sag mal wenn man es nutzt auf oder zu machen und ja wenn man klein vorne gemacht hat drückt man einfach den kleineren knopf hier unten dann habe ich die spülung da das soll jetzt nicht das ganze ding da sauber halten oder mit hochdruck reinigen ist es eine reine nachspülung dass der urin auch wirklich weg ist lüftungsmäßig kann ich nur sagen also keine geruchsbelästigung gar nicht geht urin direkt in schwarzwasser kann man normal entsorgen den hinteren teil sind biologische sachen nur drin also da werde ich auch keine probleme mit haben ist eine schöne lösung das jetzt ein paar mal probiert und ja an sich sehr perfekt gelöst vielleicht noch mal zeigen wie das jetzt hier funktioniert mit dem schieber das ist aus dem alten autoradio so ein bisschen was entkernt und daraus konstruiert in der plexigas platte und ja für mich war wichtig keinen stauraum zu verlieren ja vielleicht kann jemand damit was anfangen so als gedanken ansatz jedem kann ich nur empfehlen macht immer eine lüftung rein die zum dach raus führt noch denn denn ich sag mal stehende urin wenn man die nicht regelmäßig dann entleeren würde ja dann kriegt man das selbst mit dem lüfter nicht weg oder oder man muss dann mit spray arbeiten das tut jetzt überhaupt nicht mehr not dass das ist von daher wirklich gut gelöst ja dann viel spaß beim basteln